Hallo Leute, Matti von Outdoor Kitchen. Schön, dass ihr wieder zuschaltet auf meinem Kanal. Ja, heute mache ich Lammkeule und zwar auf eine etwas außergewöhnliche, aber eigentlich total simpler Art und Weise. Ja, heute ist auch für mich ein Novum, denn ich werde die Lammkeule, also ich werde ein Rezept ausprobieren, das ich noch nie gemacht habe. Und zwar werde ich die Lammkeule. Ich habe die hier schön in Alufolie verpackt, zuvor schön aromatisiert. Man braucht richtig viel Glut dazu und das Ganze wird zwei bis drei Stunden gegart. Die Lammkeule soll total knusprig sein, innen total zerfallen und das Fleisch soll super, super zart sein. Sieht ein bisschen aus wie ein Megadöner. Ja, ich bin total gespannt, wie das wird. Ihr mit Sicherheit auch. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. WDR 5 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020